Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier in meiner kleinen Werkstatt. Ich bin Sidekick, euer Dr. S. Und herzlich willkommen zu meiner ersten richtigen Episode zu meinem Baby Benz B201. Ich habe euch in den zwei Episoden davor, hat das Geplänkel angefangen. Da habe ich mir solch einen Ledersack gebaut zum Pläschedengeln, Reparaturpläsche. Und habe euch mein Schweißgerät mal vorgestellt, was ich mir gekauft habe. Dazu wird es demnächst auch nochmal ein bisschen mehr geben, denn ich habe mir jetzt auch hier einen neuen 06er Draht gekauft. Vorher hatte ich mit 08 geschweißt. Und da werden wir mal schauen, wie die Ergebnisse mit 06er werden. Das wird dann noch kommen. Und was jetzt ansteht in der ersten Episode zur Reparatur des Baby Benz slash Vorbereitungen für das H-Kennzeichen, zeige ich euch jetzt mal. Hatte ich euch in der Vergangenheit auch schon mal gezeigt, aber wir gehen nochmal schnell gucken. So, da ist mein gutes Stück, mein Baby Benzchen. Und ja, angefangen habe ich ja wegen diesem Loch da drin. Das habe ich jetzt eigentlich ja noch wunderbar selber hinbekommen mit dem Dengeln, mit meinem Ledersack. Aber als ich hier weiter am Arbeiten war, das war hier unten, hier ist auch noch ein böses Loch. Und auch hier. Und hier, das ist so krass verformt alles. Also das hier jetzt von Hand zu Dengeln, ich glaube, das wirkt mir zu wild. So, da sieht man jetzt auch, ist hier unten da alles durch. Und weil wir das da jetzt kaum hinbekommen, uns selber zu Dengeln, würde bestimmt auch funktionieren mit der richtigen Ausbildung. Aber jetzt, wenn man gerade wie ich damit anfängt, versuche ich mal die Originalbleche zu bekommen. Und dafür habe ich mir dann auch schon einen extra Schweißpunkt Fräserbohrer gekauft. Denn hier, ich versuche mal, ob man das zeigen kann. Da, das sind die Original-Schweißpunkte von der Karosse. Und die kann man dann genau aufbohren, dass wir dann hier dieses Blech entnehmen können und durch ein ganzes, ohne den ganzen Rost hier ersetzen können. Das ist jetzt aktuell mein Plan. Und dafür müssen wir jetzt einen entsprechend guten B201 auf dem Schrottplatz finden. Mal sehen, ob es klappt. Auf zum lokalen Schrottplatz. Scheiße, genau mein Teil fehlt hier. Naja, weitersuchen. Ich bin jetzt unterwegs nach Kerpen, zu Amcam. Und das ist ein Unternehmen, das hat spezialisiert auf Mercedes-Teile. Und da bin ich zufällig mal vor zwei Jahren vorbeigefahren und habe direkt ein Foto davon gemacht, weil da waren 190er aufeinander gestapelt. Da stehen, ich weiß nicht, 50 Stück oder so. Da werde ich auf jeden Fall meine Teile bekommen. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie ihr gesehen habt habe ich den jetzt optimal für die nächsten 30 jahre vorbereitet mit meiner geheimwaffe aber selbst da scheiden sich ja die geister da gibt es ja so viel vertan overtrol pranto korux und bla 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 also gibt es viele kombinationen ich habe mich jetzt für die combo entschieden einmal karosseriedichtmasse die kommt natürlich nicht falls in den radlauf rein weil da müsst ihr immer drauf aufpassen da sammelt sich immer der ganze schmatter vom boden der dreck der ganze schmatter der ist dann immer dauerfeucht da oben drin wenn da so eine richtig dicke schicht drin ist und da gammelt euch jedes rathaus jeder jeder radlauf da oben durch also wenn das auto recht bin ich auch schon immer mit dem mit dem schlauch da reingegangen habt den ganzen rotz da mal raus gewaschen wenn das dauerfeucht ist das ist scheiße deshalb haben wir diese falls komplett voll gemacht mit karosseriedichtmasse dass er überhaupt sich gar nichts mehr wirklich reinsetzen kann und dann habt ihr gesehen zwei lagen pranto korux 3 in 1 drüber das sollte jetzt ewig halten der interessante trick an der sache ist jetzt ich habe hier eine vormopfen 87er vormopf das heißt der hat nicht die sakko bretter sondern nur die die dünnen zierleisten da unten dran aber mercedes hat an den pläschteilen nichts geändert also ihr könnt wenn ihr ein ersatzteil sucht je nachdem was ihr fahrt könnt ihr genau zwischen mopf und vormopf also die kotflügel könnt ihr untereinander tauschen die sind komplett gleich da ändern sich nur die halterungen für die sakko bretter oder für die zierleisten aber das blech kleid an sich ist absolut gleich deshalb meins hier ist jetzt von einem silbernen mopf und der kommt auf meinen vormopf drauf und es wird wunderbar passen ich denke das war es jetzt mal mit der ersten episode mal sehen wie lange die jetzt wieder geworden ist nachdem ich fertig bin mit schneiden in der nächsten geht es dann weiter wie ich hinten die teile mit meinem schweißpunkt fräser ausbohre und ja heute werde ich jetzt noch schweißversuche mit dem 06 erdraht mal machen da bin ich auch mal gespannt was dabei rauskommt und das seht ihr alles in den nächsten wochen also bleibt dran freut mich bis dann und dann